Servus meine lieben Freunde, was geht? Willkommen beim Ultratolle! Servus, sagst du? Hol' mal Willi kurz ran, heute ne Special Episode mit... Mann, du fauler Hund, Alter! Willi, jetzt komm mal! Ja, warum nutze ich den jetzt auf? Willi jetzt auch mal dazugehört, Fredi, außerdem seid ihr noch gute Freunde. So Willi, willkommen beim Ultratallent, du stehst hier vorne, ganz ungeniert. Oh Gott, ist das gruselig, guck mal genau zwischen uns. Ja, ich bin der Willi. Ich schwöre, ich kick gleich. Okay, Willi, bleibt dahinter Fredi Stuhl stehen, da ist es gut, alles gut, Willi beißt mich. Willi ist nur vom Teufel besessen, weil wir den haben ja vom Flohmarkt gekauft und der ist verhext. Leute, heute wieder Ultratallent, wir haben wieder ultrageile Kandidaten am Stadion, und ich würde sagen, wir fangen an mit nicht wirklich Klavier spielen. Du kannst nicht wirklich Klavier spielen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, ich hatte die ganze Zeit den Sound aus bei allen anderen. Du, Jason, mach das doch einfach nochmal ganz kurz und ich hatte zufällig den Sound einfach aus, also... G, G, okay. Deine Hände geh weit Nein, warum weint man den Händen? Wie soll ein Mensch das jetzt tragen? Oh, die Depressivität ist so schön. Dich alle Tage zu sehen Willi, Alter, rennt, rennt, rennt! Ohne es einmal zu wagen Willi ist maskiert. Das ist Willi, das ist nicht Felix Puppe, das ist Willi, der bleibt jetzt hier! Danke, Jason. Danke. Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Wollt ihr in ner Flasche oder im Glas trinken? Beides. Beide Glas. Zuerst nehmt ihr die Flasche und öffnet den Deckel. Danach nehmt ihr die Flasche, lebt sie hoch und putzt ihn in euren Mund. Danach rückt ihr sie etwas weiter hoch, damit etwas Wasser in euren Mund kommt. Danach rückt ihr es runter. Und wenn ihr etwas ausgeschüttet habt, dann ist das kein Problem. Solange ist kein Wasser Wasser um EURT, riecht euer Raum dann gut. Das war's dann schön, hab ich gewonnen? Ähm, ja und zwar... Horst Floch, ne, komm. Horst! Horst! Ja! Hallo! Hallo! Ich bin ja schon da! Mir geht es dir super, Horst, mir geht es dir. Mir geht's besser! Moment mal, du hörst dich aber nicht so gut an. Ich glaub, du bist gestresst. Ich bin gestresst und krankhaft, das ist ganz richtig. Moment, hast du dir Flasche getrunken hier? Ja. Ich bin krank geworden wegen dir. Ich hab auch gekotzt. Ich hab keinen Fieber. Ich hab keinen Fieber. Dann kann ich aber bestätigen, dass mein Ehemann irgendwas mitgeschleppt hat. Ich hab die Siffelseuche jetzt auch am Sack. Freddy ist dein Ehemann? Ja, wir haben doch geheiratet das letzte Mal. Oh, oh. Nur leider ging der nicht mehr besonders viel nach der Hochzeitsnacht. Ähm... Also, musste ich in so'n Etablissement gehen. Oh. Da hab ich mich dann mal so massieren lassen. Da wird mal massiert, das kennst du bestimmt. So am Nacken, so an die Armen. Und er sagt die Massage, und jetzt umdrehen, sagt sie. Der sagt, ist okay. Dann machen wir halt auf die Art und Weise noch ein bisschen weiter. Ja. Ja, ich bin der Horst Floch, großes F, kleiner Säbel. Und der sagt die Masseuse... Mein Name ist Nadja, großes S, großer Säbel. Und ich denk mir, Scheiße, was machst du jetzt? Jetzt bist du drin. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Aber was soll ich dir sagen? Bezahlt ist bezahlt, ich hab's durchgezogen. Äh... Ähm... Ähm... So, ja. Ich hab dir was mitgebracht. Äh... Was denn? Ja, pass auf. Also nicht ich, aber der Kaller ist der Lkw-Fahrer, ne? Ja. Ja, pass auf. Der hat ne Story für dich. Dem ist was passiert. Hör mal. Das ist ganz große Klasse. Ich hol ihn mal. Ja, pass auf. Kannst du dir das vorstellen? Ich war neulich wieder auf der A3 unterwegs. Leck mich am Mocker, ne? Überall diese Sch... Sojaschnecken auf der Bahn vor mir, ne? Komm ja nicht vom Fleck, die Plastikbomber. Sch... Dreck, auf jeden Fall. Ich hab's eilig. Bin also losmarschiert, ja? Und dann seh ich dann von ganz weit weg, seh ich dann irgendwie so ein ganz kleines, blaues Menschen auf der Straße stehen, ne? Halt rechts an. Macht das Fenster runter und sagt, Hör mal. Was ist mit dir? Was ist... Was stehst du hier auf der Straße rum? Warum bist du blau? Ne, sagt das Vieh auf einmal zu mir. Hallo. Ich bin ein kleines, blaues, schwules Männchen vom Mars. Und ich hab Hunger. Da denk ich mir. Ja gut. Dann gibts ein Brötchen. Hat ihn also ein Brötchen gegeben. Ich bin ja netter, ne? 100 Meter weiter weg steht auf einmal ein rotes Männchen. Kannst dir nicht ausdenken, so ein Kram. Das passiert nur in Deutschland. Was ist das? Also, ich halt an. Und ich sag. Und, was bist du? Hallo, Dach. Ich bin schwule. Kommt man da zu an. Ich hab Angst. Da denk ich mir. Sau geil. Erst mein Brötchen weg. Jetzt krieg ich dir auch noch meine letzte Pule Bier. Steht auf einmal so ein schein grünes Männchen auf der Straße. Ich halt an. Mach das scheiß Fenster runter. Frag den Flachwichter. Was zur Fick willst du jetzt von mir? Guten Abend. Ich hätte gern ihre Fahrzeugpapiere von dem Führerschein gesehen. Hallo? Ähm. Hi. Hi. Hast du eigentlich so eine Stand-Up-Tour, wo du mal hingehst? Ich glaub, das funktioniert in Deutschland ganz gut, oder? Ja. Wenn ich unten bei dir in den Kandidaten-Channel bin, in der Sekunde überlege ich mir erst, was ich hier oben mache. Ja, ist doch noch besser. Kannst ja grobe Outlines nur für ein Programm festlegen und den Rest improvisieren. Mach mal was mit... Mach's gut, Horst. Danke, ne? Ciao. Ciao. Ja, gut. Haben wir jetzt gepiepst, ne? Hallo? Hallo. Hi. Hi. Hi, Stummi und, ähm... Hi. Kotze. Ja, das bin ich. Hahaha. 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 Richtig enttäuscht. Hahaha. Never meet your idols, Alter. Hahaha. Ja, also willst du anfangen, oder? Ähm, ja, ich fang jetzt an. Damals in der Schule, da warst du schon ein Arsch. Jetzt machst du auf Hacker und du fühlst dich sehr hart. Mama und Papa gaben dir nie Liebe, ne Schelle. Im Alltag der beste Weg zum Siege. User was moved out of your channel. Was war das jetzt für ein Anti-Hacker-Song? Mein Vater singt für euch. Ja, ähm, meine Schwester hat sich aufgeregt. Ach so. Und dein Vater? Ähm, mein Vater ist auch weg. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Also, gibts kein Talent, der ist von dir. Ähm, nein, nein, nein. In der, ähm, ähm. User in your channel was banned from the server. Das war jetzt gemein. Der weint doch. Die Schwester ist schon weg. Der Vater ist auch abgehauen. Der Junge ist alleine, Alter. Hallo? Hallo? User was moved out of your channel. Die ist einfach rausgemoved worden. Von wem? Weiß nicht. Äh. Ja, machen wir. Hallo? Hallo? Ich kann, ich hab nen Song geschrieben. Ich und dieser Richard sind ein Judespaar. Da sind einer und die macht der Ding. Und in der Augen für die geilen Party. Ja. Du siehst, ich bin weiter für ein Jahr. Ein Tag, ein Tag, ein Tag, auf Tag. In dem Band mit Richard. Und ich fühl gern noch an. Seht, ich bin so drin. Grüße die Gehenhaus an die Kinder. Grüße die. Grüße die Gehenhaus an die Kinder. Ey. Ey. Wie ist die Idee? Soll ich mich auch voll. Aber nicht weiter. Weil der ist er laut. Lieber Junge, der Gott. Du wärst wohl ein bisschen schmuck. Danke, danke. Ich find's gut, dass du immer wieder angesetzt hast. Sonst hat's nochmal verbessert. Kann ich noch jemanden grüßen? Mad respect, ja bitte. Äh, ich grüße den... User was moved out of your channel. Alter, das hab ich tatsächlich ein bisschen gekillt, muss ich sagen. Der Typ war gut, ne? Leon ist wieder da. Leon Music, Mensch. Ich dachte, du wärst tot. Alter, dachte ich auch, aber nee. Okay. Kennt ihr den Fortnite Song von Danogy? Ja. Noch nie gehört. Den hab ich mal ein bisschen mit eingebaut und umgeschrieben. Okay, okay, okay. Ich bin einer von hundert. Trolle mit meinem Jumppad. Komm in deine Base runter. Flex dich von hinten weg. Ich bin voll equipped. Hab 200 Leben. Stoppen kann ich keine, denn ich bin noch überlegen. Shit, ich hab's voll verscheckt. Gleich werd ich von der Song gerackt. Ich bin erfluft vor der Song. Mit zwischendurch docken, jumpen nach Laden und ein paar. Erflucht vor der Song. Die Song. Gibt's mehr Taki. Gibt's mehr Taki. Gibt's mehr Taki. Gibt's mehr Taki. So ist das Stimmtbuch, ne? Sie gibt's mehr Taki. Gibt's mehr Taki. Gibt's mehr Taki. Letztere Gegner me wie. Alter. Mit sowas einfach mal zu DSDS zu gehen, ne? Leon, du hast dich ja krank verbessert, Alter. Dankeschön. Leon, dickes Danke, bleib mal hier, ne? Respekt, Respekt, Alter. Geil. Richtig krass. Hallo. Ja, hi. Mein Name ist Ulrike Bethmann. Okay. Ich singe. Ich singe. Ich kann singen. Okay, mach einfach. Alter, was ist das schon wieder für eine Episode heute? We had a separate ways. And it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. Danke, danke, Mann. Geil, dankeschön. Kein Problem. Tschüssi. Hallo. Hallo. Ich würde gern was hin. Ja, Seppi, dann mach doch mal. Okay. Boah, geil. Versteht dein Haus in Neuruppin. Was ist das dran? There is a house in your... Neuruppin. Ja, Neuruppin. Das Haus, es zieht mich ein. Oh, cool an. Danke. Also eine edgy Stimme. It's been the ruin of many true boys. And God, I know, I'm one. Das war's von Ultraland. Das war's von Ultraland. Das war's von Ultraland. Mal wieder am Start, ne? Sturmwaffels neuer Muddrop ist draußen, Leute. Schaut mal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Deppt auf die Hater. Deppt auf eure Eltern. Tobi, du noch irgendwas zu sagen? Ne, bei mir war eigentlich alles gut. So, haut rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ich werde ihn einfach lieb ficken. Ficken für acht. Er auf dem Rücken und ich auf dem Dach. Mal schnell und mal langsam und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Doch wir sind auf der Flucht vor der Sonne. Wir sind auf Flucht vor der Sonne. Flucht vor der Sonne. Sonne, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Noo, oh, 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 oh. We're with you, woo. Bis zum nächsten Mal.